im wmw-motorradladen beim marum oder in marum bin ich mir jetzt nicht so sicher da gehen wir mal gucken haben wir da eine R75 5, eine alte Laverda da hinten eine, könnte ein Heinrich Tank sein, weiß ich nicht eine R100 RS für 14.950 euro und jede menge alte BMW ist ja unglaublich guck dir das an, da steht eine honda aber hauptsächlich rechts eine Moto Guzzi hier vorne eine ganz alte BMW, eine R69 würde ich sagen der hat ja sich was zusammengesammelt und alle im Top-Zustand und alle im Top-Zustand und alle im Top-Zustand